so dann schauen wir mal das letzte drittel des heutigen streams hat angefangen na ja eigentlich sind wir schon mitten im letzten drittel drin aber sagt das kein so So. Die paar Blöcke, die dann noch überbleiben, die setzen wir oben noch mit dran. Die paar Blöcke, die dann noch überbleiben. Die paar Blöcke, die dann noch überbleiben. Von Gelb haben wir am wenigsten über. Die paar Blöcke, die dann noch überbleiben. Die paar Blöcke, die dann noch überbleiben. Die paar Blöcke, die dann noch überbleiben. Von allem ein bisschen. Aber wie gesagt, das setzen wir jetzt einfach hier dran. Die paar Blöcke, die dann noch überbleiben. Hiervon haben wir am meisten über. Schon eine interessante Konstellation. So. Sechs Kisten Material verbaut. Da hin. Na gut. Hier wäre jetzt vielleicht noch eine Kiste für Schulka. Ganz gut. Gut. Haben wir sowas noch hier drin? Eine Kiste. Oh, fast reicht auch. Na. Was sind eigentlich meine ganzen anderen? Mann. Die müssen alle irgendwo in der Weltgeschichte verstreut sein. Na ja, Schulka-Spawn-Eier haben wir. Wir wurden ja irgendwie durch unser Lagersystem haben wir da so ein paar, ich sag mal, auf nicht ganz legalen Weg erhalten. Da könnten wir eigentlich was mitmachen. Uns fehlt aber die Smaragde und das Gold und die Diamanten wahrscheinlich auch. Ah. Lass mich nachdenken. Irgendwann bauen wir auch ein Haus für die ganzen Köpfe. Ja, das mit den fehlenden Schulka ist natürlich Scheiße. Mit den paar da loszurennen lohnt sich kaum. Theoretisch könnten wir den Platz hier nutzen. Ich meine, hier haben wir einen leeren Raum. Ziemlich groß, geräumig. Momentan sehr ungenutzt. Ja, damit würde ich warten, bis wir eine stattliche Anzahl von den Dingern auch haben. Hm. 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 Schulka. Dazu brauchen wir die neuen Bäume. Äh. Lohnt sich das heute noch? Auf Suche zu gehen oder Holz zu farmen. Was könnte man sonst noch machen? Glas. Was haben wir denn an Glas? Gucken wir erstmal so. Äh. Kisten. Das ist mir egal, ob es Redstone-Tronen oder normale sind. Ein, zwei. Ja. Dann werden Fässer natürlich sinnvoller. So. Glas und Farbe. Können wir ja schon mal ein bisschen was vorbereiten. viel Glas ist eh nicht da, wie man sieht. Nicht mal eine Inventarladung. Das ist schon traurig. Hm. Dann haben wir rot. Orange. Haben wir alles schon mal da hin. verlagern? Ich mein, das stört ja nicht. Rot. Grün. Gelb. Blau. Lila. Haben wir noch irgendwas an Farbe? Gelb. Meine Güte. Von mir aus. Rot. Äh. Rot. 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 Äh. Äh. Rot. Gelb. Gelb. Grün. Blau. Lila. Dass ich immer da unten drauf klicke. Und jetzt heißt es Tonnenweise Sand in die Öfen. Ne. Ist nix mehr. Ich hab doch keinen Brennstoff mehr. Was an sich nicht so gut ist. Aber ich mach euch jetzt erstmal mit Sand voll und dann hole ich Lava Eimer. Ich denke das ist ein Kompromiss. Was. 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 Eine. Die man drauf an. Senta.